Ich heiße Frederik, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus Dänemark und studiere Produktdesign in Münster. Ich habe elf Semester Theologie studiert und war sehr unzufrieden mit der ganzen Theorie und habe gemerkt, mir fehlt etwas. Und daraufhin habe ich mich entschieden dafür, Designs zu studieren. Ich habe zuerst eine Ausbildung zum Tischler gemacht, um eine handwerkliche Grundlage zu haben und habe mich daraufhin an der Akademie für Gestaltung, an der Handwerkskammer Münster für ein Designstudium beworben. Hier seht ihr mein Gesellenstück. Das ist mein Schuhmöbel. Ich habe ihn so genannt, weil ich ein Schuhmöbel machen wollte, das ähnlich funktioniert wie ein Humidor. Ein Humidor ist ein Zigarrenkasten, der die Feuchtigkeit reguliert. Und bei meinem Schuhschrank sollte es darum gehen, hochwertige Schuhe schnell zu trocknen. Der Schuhmöbel funktioniert so, dass er elektrische Schubladen hat und die sind von hinten perforiert, sodass die Luft durchziehen kann. Und hinten in der Rückwand sind auch Löcher drin. Das heißt, die Luft kann zirkulieren. Und zusätzlich habe ich bei der Materialwahl darauf geachtet, dass ich die richtigen Hölzer nehme. Zum Beispiel sind die Innenschubkästen aus Zedernholz, sodass die Feuchtigkeit aufgesogen wird. Da können die Schuhe immer schön trocknen. Ich habe mich äußerlich an dem skandinavischen Design der 50er, 60er Jahre orientiert, mit runden Ecken und gleichzeitig versucht, das etwas in unsere Zeit zu holen. Der Schuhmöbel hat 2016 den Preis für die gute Form des Landes NRW gewonnen. Und da bin ich sehr stolz drauf. Das war ein gutes Erfolgserlebnis. An der Akademie beschäftigt man sich hauptsächlich mit den Materialien, mit denen man auch in seiner Ausbildung zu tun gehabt hat. Also als Tischler zum Beispiel mit Holz oder als Schlosser mit Metall und so weiter. Aber man lernt auch alle anderen Materialien kennen. Das Schöne an dem Studium ist, dass man einen kompletten Überblick bekommt über die Materialien und die Gewerke, die es gibt. Zum Beispiel haben wir Projekte zum Thema Metall, Kunststoff, Holz, Textil, Schmuck und so weiter. Das heißt, selbst als Tischler bekomme ich einen guten Eindruck von all den anderen Materialien, die es gibt. Das Schöne an dem Studium an der Akademie ist, dass man ein Netzwerk hat von vielen verschiedenen Gewerken, das man auch später in seinem Berufsleben gut nutzen kann. Man lernt viele verschiedene andere Handwerker kennen, die auch einen Designanspruch haben an ihr Gewerk. Ein Projekt dauert ungefähr zwei, drei, vier Monate und man fängt damit an, eine Skizze zu machen. Man überlegt sich, in welche Richtung möchte man gehen und man bekommt natürlich vorher Vorgaben, damit das ein bisschen eingeschränkt ist. Und wenn man viele Skizzen gemacht hat, dann wird das häufig vom Dozenten über den Haufen geschmissen und man fängt von vorne an. Und wenn man dann sein Projekt gefunden hat, dann legt man los und baut Modelle. Man bastelt gerne mit Papier oder mit irgendwelchen Collagen. Und wenn man dann sich angenähert hat, fängt man an, Modelle eins zu eins zu bauen aus irgendwelchen günstigen Recyclingmaterialien. Und zum Schluss baut man dann aus hochwertigen Materialien seinen Prototypen. Ich habe jetzt kürzlich meine Zwischenprüfung abgeschlossen. Das heißt, ich habe noch ein gutes Jahr vor mir. Im Sommer nächsten Jahres bin ich fertig. Das hier ist meine Zwischenprüfungsarbeit. Das ist ein modularer Raumtrenner. Ich wollte dieses Ding, diese spanische Wand, diesen Paravent, oder wie man den nennt, wollte ich neu interpretieren und versuchen, so einen Raumtrenner zu bauen ohne Scharniere. Weil ich finde, Scharniere, die stören irgendwie immer. Und deshalb habe ich da Magnete eingelassen in diese Rahmen, sodass man die einfach aus den anderen nehmen kann. Das heißt, man kann sie dann beliebig erweitern. Und mir kam es auch darauf an, dass es sehr hochwertig ist. Das heißt, ich habe hochwertige Materialien benutzt. Das hier zum Beispiel ist ein skandinavischer Objektstoff namens Hallengdal. Der ist extrem robust und hat sehr, sehr gute Eigenschaften. Und er schluckt sehr viel Schall. Man kann diese Paneele, die da drin sind, auch rausnehmen und austauschen zum Beispiel, wenn man die Farbe zum Beispiel nicht mehr mag. Mein großes Ziel nach der Akademie, und ich glaube, das geht vielen so, ist die Selbstständigkeit. Und für mich ist so ein bisschen der Traum, eine kleine Designerei aufzumachen. Eine Mischung aus Prototypen herstellen und für Leute Dinge planen. Vielleicht auch als outgesourceter Designer für Firmen zu arbeiten, die Produkte brauchen. Und einfach mein eigener Chef zu sein. Weil das auch eine Leidenschaft ist von mir und da möchte ich auch viel Energie reinstecken. Aber wenn jemand kommt und mich fragt, ob ich für ihn arbeiten möchte, eine große Firma zum Beispiel, und mir sehr viel Geld anbietet, dann würde ich wahrscheinlich auch ja sagen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.